Liebe Frau Lambrecht, ich freue mich sehr, dass wir uns wiedersehen, dass wir uns hier wiedersehen. Lassen Sie mich kurz nur bemerken, nichts ist neu an diesem Thema. Ich glaube, das ist eines der Hinweise, die man geben muss, wenn man über Rechtsextremismus spricht, dass das kein Phänomen der Modernen ist, kein Phänomen der Gegenwart ist, sondern ein Phänomen, das zum Beispiel in diesem Land seit 1945 nicht ein Tag nicht vorhanden war und dass der Generationsübergang dieser portionierten geistigen Brandstiftung, die wie ein portionierter geistiger Mord die Menschen betrifft, die davon berührt werden, dass dies alles nichts Neues ist. Zweite Bemerkung ist, der Rechtsextremismus, meine Damen und Herren, ist der Ausdruck einer Gesinnung, die das Antidemokratische ist. Denn Menschenhass ist das Gegenteil des Artikel 1 unseres Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Rassisten sind der Meinung, die Würde einiger Menschen sei antastbar. Und sie widersprechen der Grundidee der Menschenrechte und des modernen Humanismus, den Hannah Arendt mit dem Satz, das Recht, Rechte zu haben, beschrieben hat. Also nicht Rechte zu haben, sondern das Recht, Rechte zu haben, universell und an sich dem Menschen ist. Und dass es niemanden gibt auf dieser Welt, der das zubilligt, der irgendeine Menschenrechte anerkennt, sondern dass die Anerkennung an sich in der Idee des Menschseins steckt. Judenhass ist Menschenhass. Ausländerhass ist Menschenhass. Und alle die, die sich engagieren und noch nicht engagieren, sollten sich übrigens darüber bewusst sein, dass sie gemeint sind, auch wenn sie es unmittelbar nicht sehen, weil wir alle Menschen sind. Und ja, das Internet ist eine neue Dimension. Nein, auch da ist nichts Neues. Anonyme Drohungen, die früher mit Briefen ankamen, ohne Absender oder mit Faxen, ohne dass man sehen konnte, wo dieses Fax abgesendet wurde, oder auch Telefonanrufe, wo Menschen ohne Namen ihre Drohungen losgelassen haben. All dies ist im Netz nicht anders als zuvor. Das Besondere aber am Netz ist die Verselbstständigung der Prozesse und die sofortige Zusammenballung von Tausenden und Hunderttausenden Menschen in einem Land wie global, die mit dieser Haltung sich untereinander, miteinander aufstacheln, den Hass noch einmal eine neue Kraft und Dimension geben, die sich dann verselbstständigt und erst recht, wenn dieser Hass auch noch von Staaten in das Netz hineingetragen wird, oder durch moderne Technologien, wo der Absender nicht mal ein Mensch sein muss, sondern durch Algorithmen dieser Hass sich in einer Art und Weise vervielfältigt, wo wir glauben, es seien Menschen und in Wirklichkeit eine organisierte rassistische Welle im Netz sich in Bewegung setzt, die wiederum Menschen in einer Art und Weise berührt. Und wenn ich berührt sage, meine ich diejenigen, die als die Angegriffenen damit auch umgehen müssen, wie beschmutzt sie werden und wie gekränkt sie werden und natürlich auch, wie viel Angst ihnen dadurch entsteht. Hass ist eine Emotion, die in der philosophischen Betrachtung die finale Vernichtung des Anderen sich ersehnt. Real, imaginär ist das Ziel des Hasses, die Vernichtung des Subjektes, das gehasst wird. Und wenn man es in den politischen Rahmen stellt, dann ist es die Vernichtung der Demokratie, dann ist es die Vernichtung der Freiheit, dann ist es die Vernichtung der Vielfalt, dann ist es die Sehnsucht des Autoritären, desjenigen, derjenigen, die in der Lage sind, allen anderen vorzuschreiben, wie gelebt werden muss, wie richtig und falsch, Wahrheit und Lüge formuliert wird und das alles nicht, weil irgendein Ideal dahinter steckt, sondern nichts anderes als Verachtung und Machtstreben. Wir diskutieren es, und ich freue mich jetzt schon auf Ihre Worte, mit der Überschrift Europäische Lösungen. Die erste Frage ist, von welchem Europa reden wir, von der EU oder von Europa als Kontinent? Die zweite Frage ist, was ist, wenn ein Problem, das wir hier diskutieren, in den Ländern der Europäischen Union mit mittlerweile politisch verankert und in die Öffentlichkeit getragen wird? Was also ist es, wenn Regierungsrepräsentanten der Europäischen Union wiederum diskriminierend und mit dem Gedanken, dass sie das Gefühl des Hasses stärken können, Politik betreiben? In welchem Glaubwürdigkeitskonflikt sind also diejenigen, die auch ein Teil des Problems sind, wenn sie so tun, als ob sie Teil der Lösung sein wollen? Und wie gehen die Länder innerhalb Europas, und dazu zähle ich diese Bundesrepublik, mit dieser Bundesregierung, mit ihrem Bundestag, mit Ausnahme einiger, die in diesem Bundestag gewählt worden sind, wie gehen die, die das bekämpfen wollen, damit um, dass sie mit Partnern am Tisch sitzen, die wiederum auch ein Teil dieses Problems sind? Ist das eines der Gründe, warum die Geschwindigkeit, in der sich das Digitale entwickelt, und die Lösungsentwicklungen, um zum Beispiel die Diskriminierung von Menschen zu beheben, in indirekter, in disproportionaler Geschwindigkeitskurve sich entwickelt? Ist das der Grund, warum wir merken, dass wir nicht hinterher hinken, sondern hinterher rennen, weil das eine immer schneller wird, und das andere, nämlich eine supranationale Lösung zu finden, scheinbar kaum erreichbar ist? Und wie sieht es bei uns in Deutschland aus? Es gibt viele Initiativen, das Gefühl des Kavaliersdeliktes endlich hinter uns zu lassen, und natürlich ist das Letzte die juristische Ebene, aber ist es denkbar, dass viele Jahre die juristische Ebene sich sehr zurückgehalten hat? Also Beleidigungstatbestände, Diskriminierungstatbestände, Hasstatbestände, wenn überhaupt von der Polizei aufgenommen, wenn überhaupt in die Staatsanwaltschaft eingedrungen, wenn überhaupt zur Einstellung, wenn überhaupt irgendwas und nur ganz selten zu Gerichtsentscheidungen gekommen sind, wo derjenige, ich sage es noch einmal, Wer erlebt, was es bedeutet, in einer Gruppenverallgemeinerung beleidigt zu werden, was das für eine persönliche Kränkung und eine Verletzung darstellt, wird sich die Frage stellen, warum eine Geldstrafe sowohl spezial- wie generalpräventiv ausreicht. Anscheinend hat es nicht ausgereicht, denn wenn alles, was bisher gewesen wäre, ausgereicht hätte, dann würden wir hier nicht miteinander sitzen, uns Gedanken machen, im 21. Jahrhundert, eine Zeit der Zeitenwende. Wie gehen wir damit um? Ich will das noch einmal sehr deutlich abschließend formulieren. Wir beschäftigen uns mit diesem Thema, weil es meine tiefe Überzeugung ist, dass wir hier um die Grundfrage, um das Fundament des demokratischen Verhandelns. In vielen Dingen sind viele Perspektiven in einem Denkraum notwendig, bereichernd. In der Frage, ob jeder jemand ist, wie George Tabori das sagt, oder einige niemand, sehe ich überhaupt keinen Verhandlungsspielraum. Ich bedanke mich sehr, dass Sie zu uns gekommen sind und freue mich auf Ihren Vortrag und die anschließende Diskussion. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, dass Sie gekommen sind. Es ist ein Vergnügen, mit Menschen in einem Raum zu sitzen. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus